So Leute, grüßt euch und weiter geht's wieder mal Mario 64. Sind wir jetzt, glaube ich, bei der Eiswelt stehen drin gewesen, oder? Ja, wie genau, geht weiter, ne? Boah, Entschuldige Leute, Edel. Ah, und weg die Leute. Ich finde die... Arschloten Menschen, alles klar. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Boah, ich hab's doch schon mal wieder hier verlieren, wa? Lockfeed. Was ich weg? Nein! Nein! Oh, hier ist der Flatsch. Tschüssi-Felski-Wanienowski. Warum wäre ich erstmal hier? Die Wünsche, vorsichtig. Oh, langsam! Let's go! Let's go! Super Mario 64 Leute! Scheiße am Arsch mache ich, hätte ich verstanden. Oh, vor allem in der Zweck. Oh, ja, du bist der Flatsch. Juh! Oh, ff. ff, wopez noch hier! Häh! Häh! Hm? Ja! Perfekt! Ja! 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 Das war aber auch gut! Ich glaube schon! So, vielleicht fangen wir schon zusammen! Ja, ja! Es ist ja auch so David schon wieder zusammen, ey! Ich verstehe was denn, Mario! Wieso muss ich dich eigentlich immer und immer wieder zusammenschlagen? Meine Fresse noch mal langer mit dir! Weil irgendwann muss doch auch mal gut sein! Du musst doch nicht ewig hier irgendwie drauf gehen oder sowas, oder? Oh nein! 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 Die Fresse, die Biscotina! Mario, hängst du schon wieder an! Oh man! Das kannst doch alles! Das ist ja auch so, was ich gerade zu voll in mir! Das ist ja auch so, was ich gerade zu voll in mir! Ja! 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 Das war's! Alles klar? Ja! Ich kann mal überlegen, wo ich ihn noch bin. Oh, ich weiß, wo der Stern sei. Oh. Oh. Einen Stern noch. Einer ist doch irgendwo. Kann er denn sein? Ich kenne mal, ich kenne das da unten gar nicht. Ach, das ist ja interessant. Was? Oh. 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 Wie ist das? Oh. Oh. Oh, Mist! Oh, ich habe mich noch mal aufgesucht. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! waa ja wieder veranfassend gesprungen, scheiße, geißen gibt mir so es an oh Mario, nur hör doch mal auf du hast schon wieder zu viel rum das schaffen wir doch schon wieder nichts, Mensch, doch mal ja, geschafft, wir haben es, Leute, wir haben es so, wir haben noch eine gute Zeit, ich speichern und jetzt, let's go so, was müssen wir als nächstes machen, was ist denn die Mixer, baue einen Schnee mal oh oh, irgendwie, habe ich das Gefühl, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss oh, wie kann ich denn jetzt wieder spielen, weil das ist natürlich eine gute Frage Oh, ein Stück. Hm. Wie wird das jetzt in die Stimme an der Mauer? Pfff. Pfff. Verdammt. Das ist ein bisschen. Komm schon. Woh! Pfff. Das ist weg. Pfff. Jachoo! Oh. Pfff. 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 Pfff! 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 Pfff. Pfff. P-p-p-p-p-p-p. Oh! Gut, was könnte er denn mit denn? Boah, scheiße. Ja, okay, gut. Ja! Was? Oh, scheiße. Hier, bin wir jetzt irgendwie nicht so richtig im Klaren. Was? Das Spiel, der jetzt in mir will. Oh, scheiße, irgendwie baue eine Schnee, Mann. Oh, scheiße, irgendwie baue eine Schnee, Mann. Oh, wie baue ich die Schnee, Mann? Oh, scheiße. Das ist ein Stiches. Das ist ein Stiches. Das ist ein Stiches. Das war ganz knapp, fast. Oh, ey. Das ist ein Stiches. Das ist ein Stiches. Soll er nicht zu dreien? Das ist ein Stiches. Das ist ein Stiches. Der Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper gehen. Vielleicht kannst du mir helfen. Wasser aufgelöst. Ach, Moment. Das weiß ich. Das ist toll, wenn du aufgelöst. Ich bin mein Mann, dass ich hier die Karte und die Karte nicht in Wasser verliehen. Das ist ein kartei. Das ist ein kartei. Der Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Der Körper hat sich in Wasser um. Der Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Das ist ein kartei. Das ist ein kartei. Ich bin mir nämlich gerade so ein bisschen unsicher, was denn jetzt eigentlich die Sache ist, was ich tun soll. Er sagt hier nämlich irgendwas, äh, wie ist er im Körper auch gleich. Ah, oh mein, ich fühle mich so kopflos. Oh, scheiße. Ah, und ab. Das kann hier nicht sein. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was da jetzt passiert ist. Oh, Mann, es gibt doch wohl nicht die Labe. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich muss den Wald irgendwie fangen oder sowas. Oh, Mann, nein, 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 nein. Nein, das gibt's doch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich werde bescheuert. Was soll denn der Scheiße hier? Gibt's doch wohl sowas nicht. Meine Fresse. Okay, einen Versuch machen wir doch und dann ist der Vater aber auch schon durch, ey. Uuuuuhhhhhh. Let's go. So, das war jetzt nicht anders. Ich gehe nicht einfach mal runter. Ey. Idiot! Nein! Aber das geht es doch nicht! Das verstehe ich jetzt doch irgendwie gar nicht. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, gut Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Ne? Ich denke euch fürs Zuschauen, abonniere meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Oh, wir sind liebbar. Mal auf 64. Bye. Äh. Ethics.